Moin, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Chess Opening Video auf meinem Kanal mit eurem Brock, meine geliebten Community, nun ist es endlich soweit, die ersten 2,78er Items können jetzt hier drin sein und ich bin gespannt, Leute, ich bin so heiß drauf, was uns jetzt in dieser Weekly Chess Geiles erwartet. Oh, 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 oh Ja, was soll ich dazu noch sagen? Einfach, einfach geil. Genau so, so soll es sein. Ziehe ich an, wenn da keine andere Waffe drin ist. Nehmen wir die Scheiße direkt hier mit. Dann müssen wir halt nur gucken, wo wir quasi dann hier, ja, wo wir dann irgendwann unser Pakleji groß hin machen. Aber das ist dann erstmal nicht ganz so tragisch. Wir können auch den Ring spielen die Woche, weil die Woche ist eh gar nicht so schlimm. So, wir können einfach fucking legit den Ring spielen. Oh, fucking legit, Junge. Diese Hose. Yes, Bruder. Was reden die anderen? Geilste T-Set auf 2,78. So, ja, wir sind mega Hype. Oder, ja, wir sind richtig, richtig heiß drauf. Fuck it Hype. So, jetzt ziehen wir den Ring hier wieder an. Sieht alles sehr, sehr nice aus. Gefällt mich, ist heiß. Ja, mit dem anderen Schaß habe ich hier leider die Woche noch gar nichts gemacht. Muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Ähm, aber ansonsten bin ich auf jeden Fall natürlich schon mal mega glücklich. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir heute im Raid beim NAC von vorne anfangen oder ob wir komplett durchgehen. Keine Frage. Müssen wir mal gucken. Entweder machen wir heute NAC wieder von vorne oder wir starten direkt bei Anduin durch. Das ist dann die große Frage. Aber ansonsten, ja, ich bin mega happy über mein Item. Kann mich nicht beklagen. Eine Waffe wäre natürlich mega, mega nice gewesen. Aber egal. Wir gehen einfach die ganzen N-Plus durchballern und holen uns hier nochmal eine 262er Waffe auf jeden Fall aus den N-Plus-Dungeons raus. Ansonsten, ja. 5 Monaten live auf Twitch. Und wenn ihr sagt, jo geil, dann möchte ich auch zuschauen, könnt ihr gerne tun. Der Link dazu, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt alle gesund, bleibt alle munter. Vielen, vielen lieben Dank für eure Liebe, für euren Support. Ich bin raus, haut da rein, euer Brocken.